Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 25.07.2024. Ja, und unser Steckgefritz hat ihr gleich ordentlich mit Krawall auf die Tasten gehaut, schön auf die Verkaufstaste gedrückt. Wir hatten gestern uns darüber unterhalten, wir können vielleicht mal eher an den 2-Stunden-Chart gucken, über die Möglichkeiten, Chancenrisiken und so weiter oben und unten, wie wir das die letzten Tage auch immer wieder gehandhabt haben. Wir hatten uns so ein bisschen darauf fokussiert, dass das an sich, wie er sich zum Montag gestellt hatte, zum Dienstag gestellt hatte, schon eine gute Vorlage gewesen wäre, auch wenn der Tagesschluss vielleicht ein bisschen zu tief war, aber trotzdem eine gute Vorlage gewesen wäre, um über 5.50 weiter nach oben rauszuschlagen. Ich habe aber dabei auch klar betont, dass ich auch wirklich über der 5.50 haben will und dort nach oben treiben sehen will. Dass er dann auch 700 und mehr hätte erreichen können. Und wir hatten gesagt, Schwung holen sollte nochmal dürfen, hier so knapp unter 500, die 4.90, 4.60. Und tiefer, habe ich gesagt, würde ich nicht sehen wollen, weil das dann zu sehr danach riechen würde, dass es wieder nach unten durchgereicht wird. Hat er auch so sinngemäß gesagt, dass sich selbst die 4.90, 4.60 nicht unbedingt longhandeln würde wollen, sondern erst wirklich später über die 4.50 geht, weil das Risiko einfach für mich zu hoch wäre, dass er eben einfach nur wieder das macht, was er die ganze Zeit macht und dieses tiefe Zurückschlagen halt. Wir haben jetzt hier von dem Tief ausgemessen, würde ich mal sagen, ist das fast genau das 1.60, ob wir Tracement so rein per Augenmaß. Diese Kerze, diese lange Nunte, die lassen wir raus. Da hat auch gestern jemand in den Kommentaren geschrieben, dass wir die nicht einfach rauslassen können. Die ist ja nun mal im Chart drin, aber es ist halt wirklich ein technischer Fehler. Es ist kein Handelsumsatz oder keine schnelle Bewegung gewesen, wo wirklich jemand unten im Tief rausgeschüttet wird. Das ist einfach ein Fehler. Das ist ein technischer Fehler, der dadurch zustande kommt, dass in der Abfolge hier unten einfach ein Tick in die Datenübermittlung reingegeben wurde, der hier unten quasi jetzt für den Chart, der Chart erstellt sich ja, indem er die einzelnen Tickdaten, also die einzelnen Ticks verbindet und da ist ein einziger Tick dabei, der hier unten ist und dadurch ist der Chart jetzt fehlerhaft halt, weil den kannst du einfach nicht rauslöschen. Der ist ja in der Folge jetzt drin. Dadurch sieht die Kerze so aus, aber wenn wir da jetzt kleiner reinzummen würden, da gab es keinen Handel darunter zu halten. Also das ist wirklich ein Fehler. Das heißt, das Tief ist wichtig. Die 18,150, das war das letzte Tief. Das hier müssen wir ignorieren, weil es ist einfach ein technischer Fehler. Es ist kein Handel gewesen und das, was wir machen, das ist vielleicht wichtig nochmal zu betonen, das, was wir machen, ist anhand der Kerzen zu bewerten, wie die psychologische Wirkung der Marktteilnehmer an bestimmten Stellen sein wird und bei einem markanten Hoch oder bei einem markanten Tief hat unten in der Spitze jemand gehandelt. Das heißt, da hat jemand gekauft und da hat auch jemand verkauft. Der Verkäufer wird überrascht, hat eine Position gekriegt, die dann deutlich gegen ihn gelaufen ist. Der Käufer hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es wichtig, wenn der Markt später noch einmal so ein Niveau anläuft, weil eben dieser Käufer, der hier schon mal gutes Geld am Anfang verdient hat, nochmal auf die Idee kommen könnte, zu sagen, okay, das probiere ich einfach nochmal, es hat ja gut geklappt und dadurch reagiert der Markt an ein zweites Mann an so einer Stelle. Das wird hier unten nicht passieren, weil da ja gar keiner Kandel hat. Da ist halt nur ein technischer Fehler drin und deswegen müssen wir die ignorieren und deswegen ist es wichtig, von hier zu betrachten und da sollte das jetzt etwa 61 Prozent sein. Das heißt, für den Donnerstag hat unser DAX eigentlich kein gutes Bild. Das sieht nicht schön gut aus. Das sieht aus, als wäre es wieder komplett nach unten durchgehauen. Aber wir können es uns in der aktuellen Marktlage nicht erlauben, uns hier auf einer Seite festzulegen. Auch wenn viele das von euch wollen, müssen wir immer wieder unterscheiden, wo befinden wir uns gerade. Und wir befinden uns gerade in einer Schiebezone, in einem Seitwärtsbewegung, in einem Rentfortsetzungs- oder Kochturmuster sogar. Und das läuft jetzt hier zur Seite einfach. Das läuft einfach seit 15. Mai zur Seite. Und was am häufigsten in der Seitwärtsbewegung passiert ist, grüne Katze, rote Katze, grüne Katze, grüne Katze, rote Katze, grüne Katze, rote Katze, rote Katze, grüne Katze. So von der Bewegungszeuge. Das heißt, nach jetzt einer roten Katze sollte in der Seitwärtsbewegung das Wahrscheinlichste eigentlich schon fast wieder sein, dass jetzt wieder eine Anfallsbewegung kommt, eine Gegenbewegung. Und deswegen würde ich schon das beibehalten. Der eine oder andere beschwert sich dazunehmend drüber. Ich merke auch, dass die Stimmung ein bisschen kippt. Manche haben ja jetzt echt langsam ganz schön viel Verlust zusammengesetzt in der Seitwärtsbewegung. Das heißt, immer wieder oben probieren, Long zu handeln, unten immer wieder Short. Und jetzt sind sie genervt und verlieren jetzt die Lust am Traten. Das nimmt unheimlich stark zu, die letzten Tage. Also ich glaube, die letzte Verfallswoche hat das so ein bisschen rausgekitzelt. Das hat euch sogar schon ingekündigt. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass von der Bewegung her die Leute langsam rauer werden müssten, von der reinen Bewegung. Das ist dann tatsächlich auch eingetroffen. Und wir merken das auch, dass die Stimmung unter den Leuten, die Zufriedenheit, die Unzufriedenheit bei vielen sogar selber, die nimmt hier tatsächlich zu, weil hier auch nichts passiert halt. Man sieht den Nassdark, der rennt da drei Prozent durch und was macht der Nassdark? Der kommt einfach nur hin und her auf der Stelle und kommt nicht vom Fleck. Stoppt die Leute immer wieder aus und do sitzt sich hier rum. Ich finde, er macht das ja gar nicht schlecht von der reinen Bewegungsfolge, von dem Magen, die er gebläuft und so weiter und so fort. Aber das frustriert die Leute einfach so. Das ist immer so. Das ist in jeder Range so und das ist auch vor einer Auflösung der Bewegungsphase immer wieder identisch, dass irgendwann einfach diese Quatschschwelle erreicht ist bei den ganzen Leuten und die keinen Bock mehr haben, irgendwelches Geld hier auf eine Trendfortsetzung zu setzen oder auf einen Musterbruch unten. Und wenn diese Quatschschwelle, die muss halt erreicht werden, die Leute müssen quatzen, wenn diese Quatschschwelle erreicht ist, dann steigt der Markt irgendwann mit einem einfachen Gap einfach aus der Bewegung raus und dann rennt und rennt und rennt der seine 800.500 Punkte einfach am Stück durch und die Leute kommen wieder nicht hinterher. Das ist ganz typisch. Auch typisch ist, dass in so einer Seitwärtsbewegung die Leute unheimlich darauf konventioniert werden, die Stops wegzulassen, weil die nerven. Sie werden immer wieder ausgestoppt und werden darauf konventioniert, dass es ja gut ist, im Minus nachzupaufen. Leute gewöhnen sich hier in solchen Phasen immer ganz gerne an, dass es doch eigentlich okay ist, wenn ich mal einen Stop-Loss rausnehme und dafür nochmal meinen Einstand verbillige. Damit komme ich ja gut davon. Das tappt in so den Phasen immer ganz gut und meist gegen Ende kommen die Leute auf so eine Idee. Und ich merke das jetzt auch im Umfeld bei uns deutlicher, dass der eine oder andere da wirklich in Verfügung gebracht wird und das wirklich einige jetzt auch schon machen, aktiv machen und andere davon berichten und sich damit letztendlich auch ein bisschen rühmen, dass das jetzt geklappt hat. Ich meine da einfach nur zur Vorsicht, weil das ist halt einfach dieses ganz typische Bild, was wir immer wieder sehen. Wir haben irgendwo eine Trendbewegung, die schiebt viele Punkte vorwärts, dann kommt wieder eine Seitwärtsbewegung. In der Trendbewegung nehmen sich die Leute vor, ach, sie wollen nicht mehr mit den, sie wollen keine Stop-Loss mehr schieben, sie wollen nicht mehr im Minus aufbauen, sie handeln jetzt nur noch mit der Bewegung. Dann kommt diese Saubflassphase, dann funktioniert eben genau das nicht, mehr, ja. Dann funktioniert eben das nicht mehr, dass ich immer oben auf die Trendfortsetzung spekuliere, dann funktioniert das eben nicht. Mit den kleinen Stop-Loss direkt in der letzten Bewegungskerze, das wird immer wieder rausgespielt, weil der rumkommt, dann sind die Leute gefrustet, fangen an, ihr Bewegungsverhalten wieder zu ändern, dann sind wir meist am Ende einer Seitwärtsphase und dann gehen wir in die nächste Trendphase und das Erste, was die Leute machen, ist eben das, was sie aus der Seitwärtsphase konditioniert bekommen haben, dieses Minus nachkaufen, dieses Gegenstellen, sehen, dass sie das dann in die Trendfortsetzung-Phase weitermachen und dann knallt es halt richtig und die meisten kriegen dann richtig auf den Sack und ordentlich einen nochmal drüber gehauen, obwohl sie vielleicht sogar schon in der Seitwärtsphase abgestraft sind. Und das ist so das, wovor ich immer warne, dieses reaktive Handeln, ja, dass man einfach versucht, dem Markt so ein bisschen wie hinterher zu rennen, gefühlt halt, um es ihm recht zu machen. Besser ist es, einfach in solchen Phasen, das haben wir auch vor ein paar Wochen schon immer mal wieder gesagt, einfach ein bisschen Pause zu machen oder vor ein paar Tagen, war es auch insbesondere nochmal erwähnt worden, dass man einfach ein bisschen Abstand nimmt, ein bisschen sich rausnimmt, wenn einem sowas nicht liegt, es gibt ja Leute, denen liegt sowas, sich ein bisschen rausnimmt und den machen lässt halt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, bevor man sich eben wieder drüber ärgert, dass er wieder nur umgedreht ist und wieder nur zurück und wieder eben nicht raus. Das hilft einem ja nicht. Ja, und dahingehend wirklich kann ich euch nur disziplinieren und letztendlich auch die Hoffnung machen, das Bewegungsmuster wird sich als bald dann auch beenden, ja, werden das bald aufgelöst kriegen. Oben oder unten wird uns der Marktplan eben zeigen, ob wir zuerst über die Abwärtstrendlinie drüber stoßen, das wäre dann hier bei 18.700 der Fall. Dort würde sich eine neue, ich sag mal, Trendbewegung erst lösen und einsetzen können oder eben auf der Unterseite, ja, wenn er komplett das Muster stehen lässt und nach unten zerkloppt. Jetzt aber zur Erwartungsseite für den Donnerstag. Was nehmen wir hier raus? Schwierigste Situation. Wir haben gestern gesagt, unter 4.80 würde ich eher damit rechnen, dass er komplett durchgereicht werden kann. Im Zweifel sogar bis zu diesem Gap. Jetzt haben wir uns aber hier deutlicher ausgebremst, auf dem 61er aufgebremst. Wie würde ich jetzt umgehen? Wenn unser DAX sich gut plafomt, grüne Stundenkerzen rammt, über eine 3.70, früh am Donnerstag schon nach oben dreht und auf schönen grünen Stundenkerzen steht, prall gefüllte grüne Stundenkerzen, kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal probieren, in die 4.40, 4.60 reinzukommen. Das für mich so am Donnerstag wie auch Freitag jetzt, das bleibt erstmal so, bis in diese Make-or-Break-Stelle. Entweder haben wir da rein, stoßen uns wieder nach unten, so wie wir es jetzt am Mittwoch schon gemacht haben, oder er kommt eben drüber und kippt das und nimmt sich nochmal so eine Aufwärtswelle nach oben und dann können wir wieder, wie das hier links schon ist, hier rechts das dann auch ansetzen und können dann sagen, okay, dann macht er jetzt auf die Bewegung nochmal so eine zweite dahinter, ja, können wir dann adäquat zu dem quasi das hier nehmen und dann je nachdem, wo er anfängt, wenn er jetzt natürlich frontal startet und er kann das, weil er die ganzen Wochen nichts anderes macht, immer wieder dieses in, 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 das haben wir doch die ganze Zeit hier immer wieder drin, deswegen sollte das auf jeden Fall ein Gedanke mit für den Donnerstag sein. Sollte er frontal also drüber greifen, über 380, hätte er die Chance, in die 440, 460 reinzukommen, schafft es drüber, ist sehr gebtlos dann die nächste Station bei 45 und dann eben auch weiter bis in die 600 rein, das wäre für den Donnerstag anzunehmen. Gelingt ihm das zum Donnerstag komplett von da unten bis da oben durchzuziehen, sollte man damit rechnen, dass am Freitag der Rest kommt von diesem Kästchen, ja. Das wäre eine sehr positive Betrachtung, die aber so eben auch erstmal kommen muss, ja, und dafür war er ja ganz schön schwach, auch die Armin Kano deutlich schwach, sehen wir das nicht, haben wir auf der Unterseite weitere Ziele dann bei der 300 hier, ja, und dann kommen schon wieder die ganzen alten Marken hier, 250 und dann eben auch dieser Gap-Klos und bei 1,70, man sollte dann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich erstmal nicht alles ist, auch wenn es hier dick unterstützt ist, ja, 1,50 bis 1,70, müssen wir uns das schon mal genauer angucken, wie hier dort reagiert es, ein schöner Bereich, 1,70 bis 1,50, aber wenn auch der nicht hält, geht es dann durch bis 18,50, 18,17, 9,50, 17, 8,80, 17,9, hier sind diese Bereiche. Ja, kurz gesagt, unser Dax braucht eine klar ersichtliche Umkehr, dass es ihm gelingt, wie die letzten Tage, wo er eine Umkehr nach oben gezogen hat, die haben alle gleich angefangen, ja, die haben alle, egal wo das war, fette grüne Stundenkerze gestellt, fette grüne Stundenkerze gestellt, fette grüne Stundenkerze gestellt, fette grüne Stundenkerze gestellt und er ist weiter gelaufen. Das heißt, wenn ich so eine fette grüne Stundenkerze sehe am Donnerstag, würde ich ihm nach oben den Raum lösen, solange er dann nach oben schiebt, ja, bis er das unterbricht. Drückt er sich nur nach unten, würde ich mich, so wie wir das gestern gesagt haben, mit Long erst mal zurückhalten, weil er im Zweifel halt wirklich nach unten durchrutschen kann. Ja, das heißt, ich würde vielleicht sogar eher auf der Short-Seite mich probieren, wenn aber eine fette grüne Stundenkerze dann reinkommt, würde ich das dann abbrechen, würde mich zurückziehen und würde die Short-Seite auch dann erst mal wegparken, ja, und dann vielleicht sogar auf die Long-Seite switchen, aber ich brauche dafür eine fette grüne Stundenkerze, wenn die nicht kommt, hat er hier locker das Potenzial noch nach unten auf die 300, 250 und ja, sogar den Gap Plus hier bei 1,70 zurückzulaufen und dann wird 1,70 bis 1,50 die nächste größere, wichtige Stelle auf der Unterseite, ja, und oben haben wir besprochen, genau, grüne Kästchen habe ich euch hier reingemalt gehabt, ähm, müsste man jetzt halt kurz gucken, wo kommt der, und ansonsten nehmt ihn an, wie er ist, wir können ihn nicht ändern, ja, wir können nur das Beste draus machen und, ähm, gebt ihm die Zeit, die er haben darf und die er noch nutzen kann hier, äh, um sein Ding da auszuspubeln und, ähm, ich denke, das dauert nicht mehr lange. So, rein von der Betrachtung des Marktumfeldes von den anderen Leuten, da sind wir schon wieder sehr, sehr, sehr final im, im Korrekturmuster drin, es ist, äh, immer, es ist immer wieder das Gleiche, wir sehen es ja nun sehr gut, ja, es ist, äh, ich erzähle euch das jedes Mal, bei, nach jeder Flagge erzähle ich euch immer wieder das Gleiche, könnt ihr mal rückwärts die ganzen letzten Monate und Jahre angucken, das ist immer wieder das Gleiche, auch die Kommentare sind immer wieder die gleichen, ja, es ist immer wieder das Gleiche, was im Markt passiert und deswegen funktioniert es auch immer wieder ähnlich, ja, es ist immer wieder das Gleiche und das können wir ja für uns nutzen und dann eben, äh, in die Zukunft rein, das dann mitnehmen. Gut, Freunde, ganz schön lang gewesen, aber hoffe, ihr könnt was mit anfangen, drückt euch die Däume, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, bis jetzt. Bis jetzt.